Hallo liebe SC Paderborn 07 Fans, ich begrüße euch mal wieder recht herzlich zu unserem Format auslaufen nach dem gestrigen Auswärtsspiel beim FC Heidenheim, was wir glorreich mit 5 zu 1 gewonnen haben. Ich freue mich besonders heute, Christopher Antwi Ajay zu begrüßen, alias Jimmy, hallo, grüß dich. Glückwunsch erstmal, Jimmy, zu deinem ersten Zweitligator gestern. Danke. Wahnsinnspartie da, oder? Ja, also wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird gegen Heidenheim. Ich denke mal, Heim ist eine gute Bilanz. Ich glaube, fünf oder sechs Spiele nicht verloren. Und ja, eine Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Und dass es dann für uns 5-1 ausging am Ende, das kann man mit Leben auf jeden Fall. Es gab einen Spieler, der hat unter der Woche mal gesagt, von wegen, ja, die haben zwar vier Heimspiele hintereinander gewonnen, aber dann wird es halt auch mal, das wieder zu brechen, also diese Phase. Ja, also jede Serie reißt irgendwann mal. Richtig, genau. Und deswegen bin ich umso glücklicher, als wir das gemacht haben. Das habt ihr sehr gut gemacht, denn ihr habt mal wieder eure Offensivstärke unter Beweis gestellt. Jetzt stehen schon 31 Tore auf eurem Konto. Vereinsrekord für uns in der zweiten Bundesliga. Da musstet ihr doch als Flügelstürmer das Herz aufgehen, oder? Ja, also ich glaube, deswegen spielen wir alle Fußball, um halt Tore zu schießen. Und ich denke mal, dass die Fans ja lieber Tore sehen, als so Nullnummern. Ich sagte ja schon eingangs, das war dein erstes Zweitligator. Du hattest zwar gestern noch weitere gute Abschlüsse, aber wie wichtig war dieser Treffer dann für dich selber auch? Ja, schon sehr wichtig. Also ich habe nie die Geduld verloren und ja, habe immer versucht, nochmal weiterzumachen. Wusste halt auch irgendwann, dass der Ball auch mal reingeht und ja, gestern war es endlich soweit. Und ich bin froh, dass ich der Mannschaft ja helfen konnte damit. Ach, schön. Man soll zwar nie in die Vergangenheit schauen, sondern wir leben ja in der Gegenwart und gucken auch immer in die Zukunft. Dennoch muss man ja dazu sagen, in der dritten Liga hattest du ja im Vorfeld auch erst so ein paar Anlaufschwierigkeiten. Dann ist der Knoten geplatzt und Jimmy schoss ein Tor nach dem anderen. Ist das jetzt dieselbe Situation und können wir uns darauf freuen, dass der Knoten jetzt gelöst hat? Ich hoffe es. Also ich hoffe, ich muss nicht mehr so lange auf mein nächstes Tor warten. Ja, wäre nicht schlecht für mich, wäre nicht schlecht für die Mannschaft. Ja, schauen wir einfach mal. Was hast du dir für die nächsten Spiele bis zur Winterpause vorgenommen? Ja, so viele Punkte holen wie möglich. Also ich denke mal, das ist machbar, den Gegnern, die jetzt kommen. Ja, dass wir halt noch das Jahr erfolgreich bestreiten. Und gesund bleiben. Und gesund bleiben, das ist das Wichtigste natürlich. Apropos Winterpause, es sind noch vier Spiele bis zum Weihnachtsfest. Ja, wie wollt ihr als Mannschaft die Fans dann speziell auch hier bei uns in der Bändler-Arena noch beschenken? Also ich habe es dir gerade schon gesagt. Ich glaube, wie gesagt, jedes Spiel gewinnt bis zur Winterpause. Ich glaube, dann fährt jeder Fan mit einem Grinsen nach Hause. Vier Spiele heißt zwölf Punkte. Was glaubst du? Wie viele kommen? Ich hoffe natürlich zwölf. Ich will jetzt nicht so hochgreifen, aber ich denke mal zwölf sind möglich. Zwölf sind sogar möglich. Na gut, dann schauen wir mal. Gut, am Freitag, es geht Schlag auf Schlag, kommt zu uns in unsere wunderschöne Bändler-Arena unser Nachbar Arminia. Tja, ist das eigentlich jetzt schon oder merkt man das jetzt schon, dass das eine zusätzliche Anspannung ist, eine zusätzliche Motivation, wenn man gegen den Nachbarn spielt aus OWL? Ja, schon so ein bisschen. Es sind ja nur noch vier Tage bis zum Spiel. Ich glaube, das Spiel bedeutet vielen SCP-Fans und auch uns Spielern viel. Amina ist zwar momentan jetzt nicht so gut drauf, aber ich glaube, wir sollten die halt nicht unterschätzen. Und ich denke mal, das wird ein backenes Spiel am Freitag. Ja, das hoffe ich auch. Vor allem wieder ein Spiel mit vielen, vielen Toren. Wir haben ja im Schnitt, glaube ich, pro Spiel schießen wir ja auch zwei bis drei Tore. Langweilig wird's nicht. Von daher langweilig wird's nicht, also auch nicht für euch. Die Arena ist leider schon ausverkauft. Was heißt leider? Es ist gut, dass es ausverkauft ist. Deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn die Stimmung dementsprechend auch laut ist. Hier die Mannschaft nach vorne peitscht. Jimmy und ich machen jetzt Feierabend an dieser Stelle, denn es ist auch ziemlich kalt. Wir wünschen euch aber noch eine schöne Woche und hoffen euch dann alle Freitag zu sehen im Stadion. Gebt richtig Gas, denn wir wollen den Sieg. Bis dann. Bis dann. Ciao.